Ja, liebe Menschen in der Corporate Learning Community und alle, die sich für das Thema Lernen in Organisationen interessieren. Ich will euch heute mal kurz vorstellen, was wir dieses Jahr in der Corporate Learning Community wieder für eine große Jahresaktion machen. Da steht ja mal wieder ein größeres Projekt an. Der eine oder andere von euch war vielleicht schon mal früher in dem Corporate Learning 2.0 MOOC, Massive Open Online Course oder auch einem der Nachfolger, dem MOOCathon. Das zeige ich euch hier mal. 2017 haben wir den gemacht, wo acht Firmen mal vorgestellt haben, was sie alles tun im Corporate Learning. 2020 dann, vielleicht war da auch der eine oder die andere dabei, das MOOCamp. Ähnlich aufgestellt, auch ein MOOC als Basis und ein Barcamp als Abschluss. Und wir haben uns überlegt, was könnte man dann jetzt in 2021 machen, mal wieder als größere Aktion. Bei den MOOCs in Vergangenheit waren ja immer so ganz gut vierstellige Anzahl Leute dabei. Was könnte man machen, um ähnlich viele Leute wieder aktiv zu bekommen. Wir werden kein MOOC machen, beim MOOC war es ja immer so. Wir haben euch einen Inhalt kuratiert, Firmen, die Fallbeispiele vorgestellt haben, Diskussionen, die angeregt wurden. Wir haben gesagt, diesmal wollen wir es mal ein bisschen anders machen. Wir wollen eure Ziele in den Mittelpunkt stellen. Also was nehmt ihr euch vor zu lernen? Wie bringt ihr das Thema Lernen in Organisationen in eurer Organisation weiter? Das soll im Mittelpunkt stehen. Und dazu haben wir uns die Aktion Mein Ziel 22 überlegt. Findet ihr auch auf kohlearn.de slash meinziel22. Da ist quasi die Idee, dass wir über einen Zeitrahmen, auch wieder ähnlich wie beim MOOC von mehreren Wochen oder Monaten, euch helfen, gemeinsam an einem Lernziel dran zu bleiben, was aber selbst organisiert ist. Das heißt, das Lernziel dürft und müsst ihr euch selber suchen. Das ist so der große Unterschied zum MOOC. Es gibt nichts Vorgegebenes, weder ein Ziel noch ein Inhalt. Aber es gibt natürlich einen begleiteten Rahmen, den wir außen rum stecken, so ähnlich wie wir das bei den Corporate Learning Camps auch machen. Wenn ihr auf die Seite geht, ich lese jetzt da nicht alles vor, findet ihr auf jeden Fall den Ablauf. Da ist es so, dass wir jetzt am 17.1., ähnlich wie bei den MOOC, die Zeiten immer Montag 13 bis 14 Uhr, so einen Kick-Off machen, wo wir den ganzen Ablauf nochmal vorstellen. Was ist die Aktion Mein Ziel 22? Wie wird sie ablaufen? Was für Meilensteine gibt es? Was für Programmpunkte gibt es? Da könnt ihr auch eure Fragen stellen, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob das jetzt das Richtige für euch ist oder nicht. Falls ihr es jetzt schon wisst, dass es das Richtige ist, könnt ihr euch hier auf der Seite auch kostenlos anmelden. Also die Aktion kostet nichts, wie die MOOCs in Vergangenheit auch nicht. Wenn ihr auf den blauen Button klickt, landet ihr auf einem kleinen Xing-Anmeldeformular. Da könnt ihr euch eintragen. Darüber kriegt ihr dann auch die Einladungen zu den Videokonferenzen, die wir mit Microsoft Teams machen. Das ist dann am 21.2. die Auftaktveranstaltung. Da geht es dann so richtig los, auch am Montag. Da wollen wir nochmal im Detail erklären, wie die vor uns liegenden Wochen aussehen. In der Woche habt ihr auch nochmal Zeit, euch euer eigenes Lernziel zu überlegen. Was nicht heißen soll, dass ihr es nicht jetzt schon tun könnt. Manche von euch haben das ja auch schon getan. Da zeige ich auch gleich noch, wo ihr dann schon Lernziele von anderen findet, beziehungsweise euer eigenes Lernziel hinschreiben könnt. Also die Woche vom 21. bis 25. ist die, wo ihr dann wirklich final euch entscheiden müsst, wollt ihr dabei sein und dann euer Ziel auch festlegt. Wir machen zwei Boxenstops im März und im April. Boxenstopp heißt auch wieder Stunde Videokonferenz. Da werden wir so ein bisschen unsere Beobachtungen und Erfahrungen schildern, euch Hilfestellungen geben. Da werdet ihr aber auch die Chance haben, sozusagen mal einen Blick in euer Lernlabor zu geben, zu zeigen, was ihr so gemacht habt. Bis dahin vielleicht auch, wo ihr hängt, wo ihr Hilfe braucht. Da haben wir zwei gemeinsame Treffpunkte. Und dann endet die Aktion am 25. Mai, so die Corona-Pandemie das hoffentlich zulässt, in Präsenz auf dem Corporate Learning Camp. Allerdings nicht nur in Präsenz. Wir werden versuchen, das auch hybrid zu machen. Also wird auch Online-Teilnahme möglich sein. Nach jetzigem Planungsstand gibt es das Corporate Learning Camp in Deutschland Nord und Süd. Das heißt einmal in Hamburg und einmal in Waldorf. Und dort wird es dann jeweils Aktionen geben zum Abschluss von Mainziel 22. Und natürlich auch werden wir das ordentlich feiern in der krassen Herde. Vielleicht mit einem kleinen Kille-Pitch oder einem alkoholischen Kaltgetränk, je nachdem wie ihr wollt. Ja, vielleicht noch so als kleiner Hinweis. Der Karl-Heinz hat schon mal einen Blog geschrieben. Die findet ihr auch auf der Seite kolon.de slash Mainziel 22, hier bei den weiterführenden Informationen. Und zwar hat er da mal geschrieben, wer in Zukunft oder wer andere in die Zukunft führen will, der muss selber schon mal da gewesen sein. Der lese jetzt auch nicht im Detail vor. Aber ich finde diese Bergführer-Metapher schön. So haben wir ja auch das Kiefe-Shirl, das Logo gewählt. Zu sagen, lass uns mal wirklich auf den steilen Berg gehen. Mal gucken, was sind denn so die heißesten Sachen im Bereich Lernen in Organisationen, die wir uns vornehmen, die wir selber lernen wollen, die wir in die Community tragen wollen. Und wenn ihr in dem Blog nach unten geht, dann gibt es hier, hat Karl so eine kleine Liste gemacht, mit Themen, die da möglich sind. Also könnte es sein, man will für sich verstehen, wie KI im Lernen funktioniert, virtuelle Agenten oder das ganze Thema VRAR, also virtuelle Realität. Was hat das Hype-Thema Metaversum mit dem Lernen zu tun? Wir können immer so ein Lern-Metaversum in der Organisation aufsetzen. Vernetzte Systeme, Badges, Lernen in Netzwerken, Podcasting. Da werden wir aus der Lern-OS-Community auch ein bisschen was machen. Da gibt es den Lernen-OS-Community-Management-Leitfaden und auch den Podcasting-Leitfaden. Da gibt es dann begleitend für die Leute, die zum Beispiel Podcasting lernen wollen, nochmal eigene Veranstaltungen, wenn ihr im Intranet mit SharePoint oder Stream oder wie auch immer einen Podcast aufbauen wollt. Also das ist eine lange Liste mit Ideen, was die Ziele sein können. Da könnt ihr euch daraus bedienen, müsst es aber nicht. Wenn ihr was anderes im Kopf habt, könnt ihr natürlich gerne auch was anderes nehmen. Wir haben dann noch als zweiten Blog so eine Blogparade gemacht. Die findet ihr hier, sind auch alle von der zentralen Seite aus verlinkt. Weil die Idee ist, dass jeder von euch idealerweise sein Ziel auch veröffentlicht, transparent macht, damit sich da Lerngruppen bilden können, man aber vielleicht auch nachfragen kann, wenn man weiß, jemand anderes lernt was ähnliches wie ich gerade. Und deswegen ist die Idee, dass man auf der einen Seite mal sein Ziel formuliert. Wir haben hier mal den OKR-Stil gewählt, Objectives and Key Results. Da sagt man, ich will ... lernen und dann gemessen an. Also woran mache ich es fest? Wie stelle ich fest am 25. Mai? Das und das habe ich gelernt. Beispiel von Podcasting könnte es sein. Ich will lernen, einen internen Podcast zu Corporate Learning in Firma XY zu machen. Und ein Key Result könnte sein, dass eine interne Webseite zu dem Podcast im Intranet existiert und zwei Episoden aufgenommen und veröffentlicht sind und vielleicht als drittes eine Community in einem sozialen Netzwerk etabliert ist zu dem Podcast. Das aber nur als Beispiel und als Formulierungshilfe. Blogparade haben wir es deswegen genannt, weil hier unten an dem Blog, seht ihr schon in den Kommentarfeldern, jemand, der sagt, ich trage jetzt hier mein Ziel ein, dass der Weg ist, wo man das veröffentlichen kann. Wo man sieht, Christian, Gerd haben jetzt hier ihre Zielformulierungen schon reingeschrieben. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr Ziele habt, die ähnlich sind wie die von anderen. Könnt ihr gucken, ob ihr euch da vielleicht in Lerntandems oder Lernzirkeln Lerngruppen zusammenfindet. Das ist auch ein gutes Stichwort. Vielleicht als Tipp, wer Interesse hat, so eine Lerngruppe zu gründen. Es gibt den schönen Peerfinder vom Leonid. Das ist eine Plattform, bei der man sagen kann, ich biete einen Lernzirkel an zu irgendeinem Thema und dann können Leute sich melden und sagen, da wäre ich gern dabei. Da hat man innen drin dann gleich auch die Möglichkeit, Links und Termine anzugeben. Hat so einen kleinen Chat. Diejenigen, die schon mal Lernzirkel oder Working-out-Loud-Zirkel gemacht haben, kennen das. Da hat man immer am Anfang das Problem, wie organisiert man sich da. Das Problem kann der Peerfinder, denke ich, gut lösen. Wenn ihr dort eine Gruppe anlegt, gebt bitte den Hashtag MeinZiel22, also Hash MeinZiel22, alles zusammengeschrieben, weil dann können wir einen Link setzen, der automatisch auf alle Angebote auf dem Peerfinder verweist, die zu MeinZiel22 gehören. Ja, wenn ihr jetzt sagt, das ist was, was vielleicht interessant ist, was wäre zu tun? Zum einen mal meldet euch an. Das geht hier über den blauen Button, kostenlos anmelden. Nehmt an dem Kick-Off-Teil am 17.01.13 bis 14 Uhr. Da könnt ihr auch nochmal eure Fragen stellen, wenn ihr noch Fragen habt. Dann habt ihr vier, fünf Wochen Zeit, um euch euer Ziel genau zu überlegen, um vielleicht Tandems oder Gruppen zu formieren. Kommt dann am 21.02.13 bis 14 Uhr zur Auftaktveranstaltung, wo wir alles im Detail nochmal erklären. Und wer zwischenzeitig Interesse oder auch noch Fragen hat, wer vielleicht den 17.01. verpasst, wir haben im Slack-Netzwerk der Corbett Learning Community, haben wir einen Kanal angelegt, der heißt MeinZiel22, zeige ich euch hier gerade. Und dort könnt ihr sozusagen beitreten und könnt die Fragen stellen. Das Orga-Team, seht ihr auch hier unten, da sind die LinkedIn-Profile verlinkt. Also hier seht ihr das ganze Orga-Team, was sich kümmert. Das liest auch mit in dem Slack-Kanal. Also da könnt ihr alle eure Fragen dann noch loswerden oder auch Wünsche. Oder wenn ihr irgendwo mitmachen wollt, was verbessern wollt. Wie immer in der Corbett Learning Community ist eine Mitmachaktion. Nehmt da gerne teil. Ja, das von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht. Wäre schön, wenn wir uns dann im 17.01. sehen oder danach in der Videoaufzeichnung. Und ich hoffe, dann viele beim Auftaktveranstaltung in der Aktion selber zu sehen. Und dann natürlich hoffentlich auch auf dem Corbett Learning Camp in echt wieder. Macht's gut und keep calm and learn on.